und weiter geht's. Ich hoffe, dass es diesmal mit dem Sound besser klappt. Letztes Mal war immer das Problem, dass die Action-Szenen ziemlich laut waren, die Laber-Szenen dann nicht so laut. Muss man mal gucken. Erstmal gibt's was zu trinken und wir wählen Episode 2, Atlas Markt. Dann willkommen bei Tales from the Borderlands. Ich werde diesmal wahrscheinlich wieder nicht so viel reden wie sonst, weil es nur mal ein sehr sprachlastiges Spiel ist. Und danke, Stefan. Loading. Ich glaube, meine Festplatte ist kaputt, die große. Er lädt sehr viel und sehr laut und er braucht sehr lange. Aber ich hab's schon durchgescannt. Ja, ja, es ist schon lange. Oh, ich liebe dieses Thema. Ah, wo war ich? Ah, ja. Two unlikely versions of one impossible story. The Hyperion Salaryman, who stumbled across the perfect plan to defeat his rival. But bad things can happen when you swim against Vein. Hijacking the secret purchase of the ultimate prize, a Vault Key. Finding Co-Conspirators was easy. Finding real Vault Keys never is. Stefan, was arbeitest du denn? Der Pandoran Hustler, who conspired to sell a fake Vault Key. But unfortunately, plans don't often go, you know, as planned. A bullet saved is a bullet earned. Haben wir gemacht. Wir haben den Einschuss gesehen. Ah, okay. Okay, dann hoffe ich doch, dass dein Telefon nicht klingelt. Even Vault Hunters. But betrayal. No one is prepared for betrayal. Sie versucht ihn zu verhindern, aber es war zu lange. Der Geld war weg. Aber der Weg nach der Vault-Key war direkt unter der Füße. Below der Arena, sie haben den Gortis-Projekt gefunden. Atlas' Krone-Jewel. Mit einem verletzten König. Schaut ihn, seine Strecke zu verhindern. Guck mal, sind die nicht süß zueinander? Wie selig sie schlafen. Hey, wirklich? Kannst du deine Worte benutzen? Ach, du wirst nur mit dem Ding verbrauchen. Ja, okay. Ein bisschen gesabbert vielleicht? Oh, komm mal, du hast mich aufgerollt! Oh, ja, das ist... Wow, das ist viel. Ich fühle mich ein bisschen deshydraten. Was ist mit dir falsch? Da, jetzt sind wir einfach. Du bist ein Monster! Stopp! Ich lasse dich aus diesen Verletzungen. Und mach mich nicht, dass du es vergleichst. Weil du es mehr vergleichst. Mhm, ja, okay. Ja, das funktioniert für mich. Lass uns das machen. Wir haben einen langen Weg zu gehen. Wir sollten uns, bevor der Sonne kommt. Oh, kann ich bitte ihn mal aufhören? Nur, um es aus meinem System zu holen. Du musst auf deinem Gefängnis zu arbeiten. All diese Animosität ist nicht gut für mich. Nur eine. Okay, ich bin gut. Gut. Du hast mich in den Nacken. Lass uns das machen. Ich glaube, das ist der alte Mann, der uns, äh, der uns, ähm, verraten hat. Well... Was ist es? Ich, äh... Reese! Buddy? Du, äh... Are you all right? Hey! Reese! What is your problem? He gets, äh, headaches sometimes. Probably just a glitch in his wiring. He's all right. He's all right. He... You know, just probably needs some air. He's all right. He's all right. He's all right. He's to mental health. Hey, what's happening with that map? Oh, sie hat's kaputt gemacht. Oh, super. Verdammt, welches hat sie noch mal genommen? Ich glaube, sie hat das genommen. Oh, oh. Haben wir von irgendeinem toten Typen noch da? Ah. Ich glaube, ich habe da nicht viel Zeit für. Ich rede aber noch mal eben mit Reese. Ich brauche ein Auge. Ich brauche ein Auge. Gibt's hier irgendwas? Ich kann nix machen. Keine Maus. Nix. Look at strange cabinet. Ja. Da. Es ist mir egal. Mach's auf. Mach's auf. Mach's auf. Aber ich habe jetzt, glaube ich, noch alles durch. Oder geht hier noch? Geht noch irgendwas hier? Oh, hier. Gordi's Kiosk. Da haben wir die, äh, beiden... Super. Hat sie super, äh, angeschaut. Ah ja, nu. Dann benutzen wir jetzt den Terminal. Derdi das Terminal. Ja. Ich will take a look. Sasch, schau mich an, während ich einen schauen werde. Atlas hat ein Booby-traum mit dem ganzen Ort. Du hast es? Okay, jetzt kann ich wieder... Irgendwo hin und, äh, gucken. Guck mal, die freut sich. Die freut sich. Also, das war mit... Mit E kann ich hier irgendwie... Ich hab noch die Psycho Mask. Naja, ich kann immer noch den Kram anschauen. Atlas. Bringt mir auch noch nicht so viel. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt... Hä? Ach, jetzt wollen wir draufdrücken, oder was? Big yellow button. Woah, woah, yeah. Oh, yeah, okay. Yeah, that's exactly what I thought I was gonna see. Der erinnert mich doch sehr stark an Cyril von, äh, von Archer. Ja. Ja. Ja, mein Gott, das sind drei Leute, die werden ihn ja wohl mal eben dahin tragen können. Oh, kuh, 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 kuh. Kuuuuh. Ah, das schaffen wir. Ja, die müssen halt ab. Wow, das wird nicht funktionieren. Ja, er ist da ziemlich tief. Jetzt was? Well, es ist ein Retina-Scanner, oder? Wir brauchen eigentlich nicht alle von ihm dafür. Use Pollux. Ja, machen wir. Look at Medals. Look at his uniform. Atlas-Militär, high ranking at that. Ja, ja, ja. Search the pockets. Erstmal looten. Oh, wie viel hat er bekommen? Nicht so viel. Du denkst, dass ein General mehr Geld mit ihm übernommen würde? Nicht so viel. Ist nur einfach mal sehr viel mehr als wir, äh... Ups. Als wir hatten vorher. Ja, äh, wir schauen uns das erstmal an. Ja, äh, wir schauen uns das erstmal an. Du machst ihn ja eigentlich nur so. Ich bin nicht sicher, dass er agree würde. Ha, naja, er kann, er, der, 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 der Tote sagen nicht nein. Aber er ist gar nicht tot. Wenn du es versuchen, mit deiner Hände zu schrauben, dann wirst du es einfach schrauben. Äh, wenn du eine bessere Idee hast, Any other idea would be a better idea. Ja, dann nehmen wir halt jetzt... Ja, komm, jetzt nehmen wir die, ähm... God, siehst du gut aus. Wir nehmen mal eben die Gabel hier. Genau, die Spork. Spoon and Fork. Oh hey, it's a spoon and a fork. Ha! How about that? Oh, wait, that's not... Ja, die Dialoge sind echt gut. Aber klar, das Spiel lebt ja auch davon, ne? Na, komm her. Hm, ich weiß nicht, ob ich es sehen will. Okay, das ist... Okay. Ja, ja, ja... Du musst es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Also, ich... 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 Das... In seinem Gesicht. Warum musst du es so sagen? Du musst es schon tun? Okay. Hey! Ja, nützt ja nix. Oh, ich will es glaube ich gar nicht sehen. Aber das wird hoffentlich auch nicht gezeigt. Ah! Ah! Why did that just happen? Oh man! You split the eye right in half. All the juice from the finger. Why are you describing it to me? I know. I did it. Right. Sorry. Look, all I'm saying is... You got one more shot. Right, cause he's got two eyes. One eye. Now. Okay, das ist echt ein Schauer. Schauertyp. I'll just wait over there. Here we go. Ja, schön aus meinem... Ohhhh. So far so good. Stop talking to me. Lecker. Ist das Spiel ab 18? It's looking way worse. Trust me. If you're going to puke, do it on the floor please. This is me helping. Hahaha. Ja, ich glaube das wäre auch meiner Arsch zu helfen. Ohhhh. Ohhhh. You almost got it. Just cut the thing. Holding it to the... the thing. Wow. I got it. I got it. Hallo. Thank you. Hey, and you didn't crush it. I totally would have crushed it. Let's just get this thing over to the scanner. Boah. Eyeball. I have an eyeball. Use Pollux. Komm, wir machen das einfach. Eww. Ja. Mhm.